Moin Leute, Trimax hier, wir zocken jetzt die Suchen und Verstecken Map von Monte, der hat die gebastelt, ihr meintet alle, die ist ultra krass mit absolut heftigen Verstecken. Wir haben jetzt hier ein paar Mods dabei und noch ein paar, äh, lol, wieso sind wir nicht reingekommen, äh, noch ein paar andere. Ähm, ich werde alle suchen, ihr meintet, ich finde die nicht, den letzten, derjenige, den ich nicht finde, ihr die Zeit abläuft, wie groß ist die zeitliche Begrenzung? Werde nur sehen. Bekommt 25 Euro Giftcard, äh, Gutschein, PSN, PaySafeCard, Google Play oder was weiß ich, der beste, der das beste Versteck hat. Die ist ja riesig. Wie groß ist die? Halt, so, das ist die ganze, nein, so groß kann die noch nicht sein. Die ist ja riesig. Er hat sie mit Ziels, er hat sie selber mit Ziels im Gurt. Ich würde niemals so ein Ding bauen, Alter, ich würde da durchdrehen, ich lasse das immer die Mods machen. Das ist aber ganz witzig eigentlich. Okay, wir spawnen ganz oben. Wenn ihr jetzt eine aussreibt, dann wird mehr schon laufen. Ich bleib mal ein bisschen weiter oben. Ich lande hier in der Ecke einfach und gucke in die Ecke. Ich zähle jetzt, ja? Ihr habt jetzt 35 Sekunden Zeit. Oh shit. Bei 3,51 gehe ich suchen. Der beste, das beste Versteck, den ich das letzte finde, kriege ich eine 25 Euro Geschenk. Zähle mal bis 60, nicht mehr bis riesig. Okay, ich zähle bis 60. Also sagen wir, wir kommen bei 50. Bei 3 Stunden 50 geht's ab. Also mich findest du niemals, Max. Das kannst du jetzt schon vergessen. Echt, ist das so krass? Das ist doch los. Ich hatte einen Stream offen, ne? Ich hatte einen Stream hier rechts offen. Ach, der Maul. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Aber vielleicht so ein kleines Streams. Einmal mal. Gezählt. Geht los. Also Max, es ist vorbei. Ist das so hardcore? Wie viel Zeit hast du? Sagen wir jetzt bis, äh, bis 40. Okay, bis da 3 Stunden 40 steht. Okay, jetzt kann man hier hinter oder so? Nee, das wäre zu krank. Ich hab halt jetzt richtig Panik, wenn ihr sagt, ihr verbuggt einfach in die Wand rein oder so. Scheiß. Nee, nee, sowas hab ich nicht gemacht. Ich bin einfach nur echt gut versteckt. Nee, ey. Mach mal hoch da jetzt. Hier ist ja viel einfacher, lol. Ja, hier, hab dich. Komm raus, da. Schlechtestes Versteck. Arrow. Ist raus. Zu sichern, ne? Ja, hab einen. Ich kann, äh, wie, muss ich an die rankommen? Ich hab ihn halt gesehen. Ich konnte seine Kniekehle streicheln. Muss da reingehen. Ich kann auch hier. Wie ist der denn da hingekommen? Das ist ja. So. Na, komm, wir bist du da. So. Erster Hit. Zweiter Hit. Dritter Hit. Vierter Hit. Fünfter Hit. Wolfs ist down. Das wär, glaub ich, sogar dumm. Was war das so? Oh, hier ist einer, lol. Der dritte. The Real Soccer. Learn to hide and seek. Ich hab, äh... Noch sechs Minuten. Am Arsch noch sechs Minuten, Junge. Oh, hier ist wieder so ein Ding. Das heißt, hier sind Gegner. Aber vielleicht noch einfach welche hier. Ja, guck mal, so schlecht. Einfach im Wischen. Einfach im Wischen. Du bist raus, Junge. Ich hatte keine Zeit mehr. So. Kann man die... Das ist halt... Sonst das Geld. Also... Ist da einer oben drauf, ne? Ist ja zu arg. Alter, wie schnell ich jetzt einfach alle in den Büschen. Ja, wie viel Zeit... Sag doch jetzt, mach doch jetzt mal einen Call. Wie viel Zeit willst du denn noch? Digga, bis ich die letzten gefunden hab. Oha. Ja, okay. Ich leg mich kurz hinten, schlaf in der Runde und dann komm ich morgen früh wieder. Echt? Ist das so krass? Ja, dann geb ich ihm noch bis 33. Normalerweise zehn Minuten drauf. Ich führe Steps über mir. Ist das normal? Öh? Wie bewegt sich denn da die ganze Zeit? Wie ist das? Okay. Ey, wenn ich das jetzt schaffe, das ist ja übelgeil. Aber da gehen auch die Props ganz doll an Monte raus. Leute, ich verlinke euch mal den Code. Ähm... Ich verlinke euch mal den Code von der Map und Montes Kanal in der Beschreibung. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Ich vergesse so oft Sachen zu verlinken. Das ist so failmäßig. Wie kann ich das schaffen? Alter, Leute. Wie kann man den schaffen? Du hast noch sechs Minuten Zeit. Ey, ich kotze. Ich habe keinen Bock mehr. Alle Props, die ich gerade gegeben habe, sind wieder gelöscht. Jump-and-Run-Shit mit so Hindernis-Parcouren-Kacke finde ich halt richtig scheiße. So, wie komme ich da jetzt rein? Ah, das ist es gewesen, oder? Oh mein Gott. Kann doch nicht sein. Alter, wer ist das? Wer ist das? Ich will den Namen sehen. Team. Junge. Aber ich hoffe, das war der Einzige. Ich hoffe, das... Beineidig. Das wäre es halt gewesen. Wäre ich runtergegangen. Es war halt doch einer oben drauf. So, hier ist ein Typ mega lost. Hab dich. So, jetzt muss ich ja nur noch hinkommen. Zack. Darf auch hier nicht so die... Oh, hier ist sowas. Das kann natürlich interessant sein. Ist hier oben was? Kann man sich so in einem Baum verhaken irgendwo? Nee, das wäre zu krank. Oh, da ist ein Geheimaufstieg. Geheimaufstieg hab ich gefunden. Alter, das ist ja wohl mal geil. Meine Fresse. Also, da spreche ich vom... Props vom tiefsten Herzen aus. Das ist ein Mülleimer. Ich dachte, das wäre Romatra. Ihr stellt euch vor, hier ist einer und ich hau dran vorbei. Oh je, oh lol! Nein! Oh mein Gott, Romatra, du bist so schlecht! Scheiße! Wieso läufst du da durch und schlägst alles? Was ist das für eine dumme Taktik? Das mach ich doch die ganze Zeit. Du hättest mich da niemals gesehen. Wenn was? Wenn du da nicht einfach durchgeschlagen hättest. Wie low ist das denn? Du sollst Heidens Sieg machen und nicht Heid und ich schlag alles an. Hä? So geht Heidens Sieg? Ja, genau so geht Heidens Sieg. Nimm doch nächstes Mal einfach Dynamit und werb einfach alles ab. Und die Leute, die du dann triffst, die hast du dann gefunden. Nur weil du dich nicht richtig verstecken kannst. Hä? Du hast mich ja nicht gefunden. Learn to hide and seek. Es ist mir wichtig, dass du das sch... Oh, also das finde ich wirklich low. Schreibt es in... Leute, was sagt ihr? Ist das low oder ist das komplett nice? Ich bin halt so ein low-Spieler, der nicht weiß, was möglich ist. Ich mache hier die Romatra-Taktik. Romatra-Taktik, Rasenmeer kommt. Wenn da jetzt jemand drin war, oder das überlebt, dann ist halt komplett gegangen. Es sind sicherlich noch ein paar Mods, aber bestimmt noch einige von denen komplette Low-Verstöcke. Unter anderem die Tour, also das wäre schon... Was? Nie Tour? Nee, das wäre schon Kass, wenn du den nicht findest. Das darf eigentlich nicht sein. Naja, die hattest du schon. Jetzt habe ich aber aus den anderen Händen da sind ein paar Kugeln gelernt, dass man hier noch überall höher kann. Ist ja insane, was ich hier mache. Oh, Halsmaul. Wie, jetzt ist hier keiner? Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Das war ultra krass. Also ich bin... Ich bin... Ich muss wohl aufgeben. Das ist natürlich... Aber jetzt möchte ich die Verstecke auch... Aber, wenn wir ganz ehrlich sind, bin ich die letzte Person, die du gefunden hast. Ja, was heißt das? Na ja, weiß ich was. Hat er ja gar nicht gekannt. Na ja, eben. Nein, er hat ja gesagt, wenn du die letzte Person bist, die ich finde, dann... Ah, Low, Low, Low. Wie Low. Ja, jetzt muss ich aber auch die Verstecke wissen, wo die Leute waren. Das ist ja ganz krank. Willst du es wirklich wissen? Ja. Okay. Die Leute sollen nochmal in ihnen verstecken bleiben, weil sie sollen sagen, wo sie sind. Jeder, der ist jetzt... Es sind vier Leute, die gewonnen haben. Ja. Dann kriegen alle vier eine 25 Euro Giftcard. Digga, und Nitu ist dabei? Ne, das kann ich sagen. Ich muss eigentlich noch weitersuchen. Soll ich dir sagen, wo Nitu ist? Ja, okay, doch. Ich löse auf. Alle kommen bis zum Weihnachten. Die Mods kriegen dann nochmal einen kleinen Weihnachtsbonus. 25 Euro für jene, den ich nicht gefunden habe. Und jetzt sag mal, wo die sind. Wo ist Nitu? Nitu ist tatsächlich an dem Haus, wo du Romata gefunden hast. Digga, ich weh die nicht. Ich weh die scheiß Mucke. Da unten ist so eine... Silberne... So ein silberner Vorsprache. Soll ich dir einfach sagen, wie du hinkommst? Du musst einfach nur runterspringen. Da ist er! Ja, genau. Digga, da ist... Du hast doch schon aus Versehen hier hingekommen. Da ist er, ja. Da ist er! Junge! Das ist gut. So, dann hier noch beim Sendemast. Mhm, einer ist irgendwo... Oben drauf? Ähm, müsste ja. Warte. Ich guck nochmal nach. Ich hör ihn schon wieder. Im blauen Sendemast, ja. Irgendwo drin. Ja, ich seh ihn. Aber wie ist der da hingekommen? Digga, das schaff ich jetzt. Einer ist bei Haus 4. Oder ich stacke. Ach, man kann hier einfach reinlaufen? Ja, komm. Ja, der Slimex, klar. Ey, da hab ich ja die ganze Zeit die Jumps versucht und das hat nicht geklappt. Ja, genau, hier oben. Er soll zeigen, wie man da hochkommt. Er soll runterkommen und zeigen. Ah, okay. Nein. Du musst auf das Haus, da wo du... Nee, der ist vom Haus rüber gesprungen. Ja, und dann vom Haus rüber springen. Alter, das ist es halt. Also das ist bisher das krasseste, finde ich. Weil man denkt, man kommt hier hoch, aber man kommt da nicht hoch, weil man vom... Alter, Junge. Der Typ ist es. Sagt einfach raus. Hier hinter, warte, komm mal hinter das Haus. Komm mal hinter das Haus. Ja, hier stehen schon alle und warten auf dich. Nee, ne, echt? Du bist echt an dem vorbeigelaufen anscheinend. Ach so, oh mein Gott. Hier ist eine Tür, komm mal hier rein. Geh mal hier straight einfach rein. Nee. Komm mal hier zur Tür. Alter. Come on. Halt's Maul. Das der hat mir und das Video so doll geguckt. Das kann man nicht wissen. Das ist schon krank. Und ich sag noch, ich laufe hier durch und wenn ich hier keinen treffe, dann ist es GG und ich laufe hier durch und an der Tür vorbei. Digger. Also ich muss sagen, vom IQ her war hier oben auf dem Container das geilste Versteckung, weil man nur vom Dach aus darauf kam und da denkt man halt nicht. Aber halt vom Geheimversteck näht sich. Diese Tür ist halt komplett GG. Ja gut. Dann kriegen alle 25 Euro Pay-Safe-Card oder Google-Card oder was weiß ich, was sie wollen. Props gehen raus an Monte und Steel, die die Map gebaut haben. Link dazu in der Beschreibung und Code auch. Könnt ihr selber mal hier zocken, aber jetzt könnt ihr natürlich die meisten Verstecke. Finde ich geil. Also ich hab richtig Bock, dass das Creative Mode für alle rauskommt, dass die Zuschauer halt stundenlang arschgeile Maps erstellen können. Deathmatch, Parcours, Hide and Seek, Sniper, Parcours oder was weiß ich, die man dann einfach richtig schön zocken kann. Bockt übel. Muss ich sagen. Einfach mal zur Abwechslung. Zuerst Fortnite richtig grinden und sein Bestes geben und dann einfach mal so in Suchen verstecken, um wieder runterzukommen. Ist ganz geil. Das war's für heute. Ich bin raus. Tschüss. ...